Erstmal willkommen zu Little Planet aus dem App Lab aus Nummer 19,95 mit Referral Link 14,99 und das ist ein Animal Crossing Klon, Animal Crossing habe ich geliebt auf dem Gamecube und deswegen wird das hier entweder ein Refund oder ein Zeitfresser. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Also, der Trailer sah ganz vielversprechend aus, die scheinen auch regelmäßig weiterzuentwickeln und Updates zu bringen. Ich glaube aus Taiwan wäre der Entwickler. China? Nee, Taiwan. Hi, I'm Yoki and this is my possum buddy Beagle. Yo, that's right. Right in front of you stands the funniest and most dashing dude on Little Planet, Beagle. Welcome, welcome to this awesome little planet of ours. Once you're here, you can totally relax. There are no princesses to save or abandoned farms to fix up. It's just you, the builder of this beautiful little planet, a.k.a. the Magnificent Dreamer. That's right. You are free from the pressures of saving civilizations or chasing after big bosses. Welcome to your unique utopia where self-expression is limitless and unbound by real-life constraints. In this terminal, we will walk you through all the processes to ensure you a joyful journey. First of all, you can press trigger to continue our conversation. Good job. And you can point at the option and press trigger to answer when I ask a question. Wow, you catch on fast. Impressive, my friend. Building the perfect planet, dude, takes some serious resource hunting. You gotta gather all kinds of materials and stuff them in your backpack. Here is a backpack for you. Just press A or X button. You can take out your backpack. Nice job, buddy. To celebrate your arrival in true style, I'm planning a little bash with a blazing bonfire. How about getting in on the action and making it a party to remember? We need three branches. There are some trees on your right. Let's go there to find some. Ah, snap turn. Come here. Ah, nein. There's really only snap turn. Good that you learned how to move by joystick. Now, do you see the branches in front of you? Try to grab it remotely. Great. You can put the branch into your backpack. Again, Yib, please press A or X button. Then, we need three branches in total. You can turn right to shake the tree to get more. Call for my attention when you are done. Ah so. Wow, you got all three branches. Good job. Let's go back to Yoki's. You are great. It seems we got all we need. Can I take them from your backpack? I will craft a bonfire with the branches you collected. Please wait for a moment. Hey, we are almost ready for the ceremony. I need you to place the bonfire to the highlighted spot. Please point at the bonfire on my hand and press grip button to take it from. Push joystick forward and release while you are holding the bonfire to project it. and release grip button to place it in the highlights. Okay. Great job done. Now, isn't it beautiful? Now, let's celebrate your upcoming new life with some fireworks. On Little Planet, people like to fish, plant flowers, or watch the sunset and moon. It's all up to you. Our friend Bumi enjoys her life very much. We happen to have her vlog. And let's take a look. Hey, it's Bumi. Welcome to Little Planet. When you arrive here, a new life has already begun. Based on my interstellar travel experience, this might be the best place for you to settle down. Whether you want to lie down or work, it's up to you. Since I arrived, I've witnessed the realization of many dreams. The population of Little Planet keeps growing. Everyone lives very well here and has made great friends. With all that said, we're actually quite laid back. I believe you can find your own rose here. Good luck. It's so lovely to meet you, and I think you'll do very well on your planet. I'd like to give you a useful device. Please press B or Y button to take out your smartphone and press again to put it back. Great. Now that you have mastered all the necessary skills, in general, trigger is to activate or select something, while grip button is to grab. And joystick allows you to move, or place an object when you're holding it. That's all you need to know. Get ready to unleash your imagination, buddy. Once again, a warm welcome to Little Planet, where your wildest dreams come true. Oh, it's time for me to get back to my roses. I gotta go, bro. Um, once you've settled down on the planet, we'll meet again, so no need for a big farewell. Well, don't miss me too much. Ha! Yeah, give me smooth turn. The rose is Beagle's beloved. It is everything to him. No worry, I will assist you on the planet. Oh, hey, just a little heads up. Since you're on the early access version of Little Planet, there's still, like, a bunch of stuff that's a work in progress. But don't stress. This planet is brimming with people who live and work in peace. We're totally putting in the effort and working hard to make it all super awesome. You'll be meeting them real soon. Oh, before we begin, I have to say, no offense, but you don't exactly resemble a being at the moment, since you're invisible. So be sure to choose your own avatar later. Otherwise, you might totally freak out the cute inhabitants of this planet. Okay, you're good to go now. Let's head over to your very own little planet. Follow me. Ja, darf ich bitte erst einmal hier das Muster anermachen? Hä? Funktionen, bitte. Bitte, bitte. 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 Ja, cool. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Ein anderes Hemphel. Pass schon. Pass schon. Initial Terrain. Ja, das sieht doch ganz schnieg aus. Das wäre echt schade, wenn das kein Smooth Turn hätte. Dann müsste ich es echt umtauschen. Aus Prinzip. Bis jetzt waren alle meine Spiele, die ich umgetauscht hatte. Snapturn Spiele. Das einzige Snapturn Spiel, was ich habe, ist Cosmonious High. Wo mir das Spiel so gut gefiel. Aber ich habe es trotzdem nie weiter gespielt wegen Snapturn. Haben sie auch nie nachgepatcht. Schimmelt jetzt im Sprecher. Hope you enjoy the teleport. Take a peek around. All the resources around here are at your disposal. Okay. Die Auflösung ist schon... Get ready to embark on a journey. Where the beauty of nature blends with your boundless imagination. Absolutely. But before we dive into the fun, there's something I need to bring up again. We've briefly mentioned early access before. Keeping it real with you. There's a chance you could run into some seriously wacky stuff. Um, like, out of nowhere, you might get booted back to Earth due to a crash. Or, you might get annoyed by occasional freezing. Or find the slow motion a downer. Oh, no, no, no. Your patience would be a gem for us while we're trying to sort things out. If any hiccups occur, give us a shout and we'll swoop in to save the day. Your feedback matters to us, so please avoid random one-star reviews as all the cute folks on Little Planet are going to be so sad about that. Whew. Thanks, that's a relief. We are here to provide the necessities, tools, and insights that will enrich your life. To begin with, we need some basic tools. Would you help to collect one stone and two branches? To make an axe that you can get some woods? Go ahead. Come back to me anytime. Ja, gib mir trotzdem mein Menü. Ja, ja, bitte. Bitte. Two, three, seated movement. Walk. Speed. Speed. Mask. None. Walk control. Weiß ich nicht. Links. Ja. Ist gut. Da. Direction. Head. 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 Rotation smooth. Dankeschön. Schnell. Schnell. Ja, ja, ja. Dankeschön. Ach. Ach, schlecht. Vielleicht kann ich bestimmt aus dem Kanten-Kampf, wenn man ausschalten, aus-schalten. Aus-schalten? Ring? Warte. Ring? Ich habe keinen Ring. Na, mal gucken. Wenn möchte ich ihn durch rechts. Voice Control on? Was? Ah, lass mal mal an. Voice Control. Sensitivity. Medium. Assume. Schön. Viele Optionen. Graphic. Hi. Ruckelt ein bisschen. Low ist zu low. Custom. Anti-alizing. On. Ja, auf jeden Fall on. Render Scale. Ja. Ja, Shadow Quality ist mir rum. Render Scale. 70. 70. Ja, probieren wir mal unser System. Tutorial. Language. Englisch. Englisch. Ja, aber auch Englisch. Diese Experiment im Flugballplan. Wo ist denn? Ja. Das ist noch ein bisschen. Backflip. Oder? Gut. Ja, das ist jetzt nicht ganz flüssig. Wenn man sich bewegt. Ich glaube jetzt sieht es aber gut aus wenn man steht. Wenn man aufnimmt wahrscheinlich noch besser. Das werde ich nachher mal ausprobieren. Das ist oft so bei Spielen. Vor allem in letzter Zeit. Das ist eben nur beim Aufnehmen ruckeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es zieht echt eine Menge Performance. Was sollte ich? Zwei Äste, ne? Stein. 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 Show me. Show me? What? What? Why does he stop it? Why does he stop it? How is it going? Did you have a good time to groove? Great! Let me take the materials from your backpack and here is the stone axe. You can hit the trees to get wood. Spoiler alert! Tools can be upgraded. Off to the woods you go. See you later. Okay, it's really good. You have to press the A-Taste here. So I can hold things here in the hand. So I can hold things here. So I can hold things here. And... I can hold things here. Ah-oh, the finger is... Okay, ich probiere noch einmal NTLizing und alles andere runter. Okay, ich probiere noch einmal NTLing. 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 So, was wollte sie jetzt noch einmal? Hey Smarty, seen me make an axe? Hm, I guess you just got jealous of me. Ha, wanna try it? All right. The first step in learning crafting. You need to collect... Time to head into the woods. Hey there. Gathered all those bits and... Awesome, we've got all the materials we need. Now, let me make a magic cart by the materials you provided. It's a cotton candy machine that makes more than just sugar. Indeed, it's an essential equipment for crafting necessities on this planet. Let me place it next to the service center, so it's always available. It's a unpacking creature. Crafting... Yoki's desk. You can type it in the description. Okay. Du hast eine Axt. Wo ist meine Axt? Ist meine Axt? Das was die�? Du hast eine Axt. Und du hast eine Axt. Entschuldigung, ich bin extra verstört. Wenn du fertig bist, komm zurück zu mir. Alles in deinen Händen, Sugarplum. Ja. Mal gucken. Gehen wir noch mal zur Kohle. Vielleicht müssen wir uns neu bauen. Lust und Found. Aber die hier liegen. Liegt die hier noch? Moment. Mal hinter den Rücken greifen. Mal hinter den Rücken greifen. Mal hinter den Rücken. Mal hinter den Rücken greifen. Ach so Stein. Ich weiß nicht wo der Fall mich jetzt zeigen wird. Lassen. Haben wir hier noch einen von diesen anderen Stämmen? Wo ist das? Hallo? Wir wollen ja nichts sagen. Ja. Ich werde das Wasser mit auch das Wasser. Ja. Ok. Was wollte ich jetzt eigentlich? Na guck, muss ich nur wegpacken. Hey there, I'm Bella, and I'm all about gardening. With my plant expertise, get ready for a blooming good time. So, Bella. As a lover of all things beautiful, I'm here to guide you on this magical gardening journey. Let's create a paradise of colors and scents together. Before we start, I've got some news for you. A good one and a not so good one. Which one do you want to hear? Alright, listen up. I've been brainstorming like crazy to create fun little games just for you. Plus, you may see some great new gardening tools in the future. Um, I ain't quite ready yet, but I'm going to keep hustling hard. Won't let you down, my friend. Okay, so there is a spectrum of flora. So, do you lean towards flowers' vibrancy or plants' tranquility? Excellent choice. Plants offer greenery and serenity. Oh, a plant enthusiast. How about this? I'll give you a sapling, plant it, and soon you'll have a fruit tree. What do you prefer? A tree 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 Almost forgot, you'll need a hoe to dig and a watering can to help your sapling grow. Hold up, you don't have the formula app yet, do you? By the way, don't be a stranger. If you have any questions or just want to chat, you know where to find me. Hello, my friend. How's the gardening life treating you? Dude, you gotta put some heart into your gift giving. Are you keeping your distance because you're planning to drop a bomb on me or something? Hello, my friend. How's the gardening life treating you? Anything specific on your green thumb? Oh, perfect. I just crafted the most adorable floral piece of furniture. If you're up for a challenge, join me for a little game. If you come out on top, this beautiful piece of furniture could be all yours. Okay, I have a rose in my pocket. If you can guess its color, boom, the prize is yours. So take it, ah, a lively choice indeed. But have you hit the mark? Let's unveil the mystery. Oops, a slight miss there. The answer was yellow. But hey, it's all about participation. Here's a yellow rose for you. The yellow rose symbolizes the promise of a new beginning. Haha, be sure to come back next time. Rock your future garden gigs. May they be all about success and gorgeousness. Keep on gardening, friend. Achso, wir wollten eher hier einen neuen Tisch bauen. Was passiert, wenn ich ihn jetzt hier loslasse? Hey, is the desk good to go? Can I go ahead? Oh, it seems like there isn't a desk in your backpack. Hey, is the desk good to go? Can I go ahead and grab it now? Good job. With this, I can switch out the desk at our service center. Hmm, what do you want? I'm super proud of how far you've come. It's about time I filled you in on the whole crafting process. Beyond the essential materials, you'd need to use formula cards. The more of these cards you collect, the more things you'll be able to whip up. And I've got some formula cards set up for you that you might need. Check them at the cotton candy. There's an app to gather formula cards. Sending it to you now. Done. Open the app to view formula cards. Okay. Jetzt kann ich die Karten eben auch dann mit der App öffnen. Okay. Zwerg, Seile. Fehle. Welcome, darling, to Little Planet. Where fashion is an art, huh? And so, darling, I suppose as fashion pioneers you and I must have some consensus, wouldn't you agree? You may have noticed, darling, that we don't have a whole lot of clothes. Providing services to someone as fashion-forward as you, my dear. Ain't an easy feat. As an excellent fashion practitioner, hmm. Fashion is everywhere. As a friend of Yoki and to celebrate your arrival on Little Planet. Perfect, darling. I've got a dad. So tell me, honey, which one do you prefer? Leave it to me to pick something special for you. It's my pleasure to make your Little Planet experience even more stylish. And enjoy. Feel free to stop by anytime. If you need more fashion advice. How is it up, man? Now that you're getting the hang of life here, I believe it's the perfect time to consider settling down with your own... I will give you a package of your house. What you need to do is find a spot to still remember how to place an item. Here's the package. Please take it by pointing it and press grip. Go ahead to find a spot for your house. Okay. Oh, come on. Oh, come on. Come on. Die Framerate ist echt nicht gut. Ich probiere das auch gleich nochmal ohne Aufnahme aus. Ich werde das dann in die Kommentare schreiben. Jetzt sieht es auf der Quest 3 nochmal anders aus. Aber nicht okay. Ich werde das jetzt noch rein tun. Ich werde das jetzt noch rein tun. Ich werde das mal anhuhen tun. Maak Potten? Hm? Kiwide. Jetzt ist die Flamerate – da hast aber auch eine Appliose. Ja, ich kann auch nicht mit der Handlauber einfach rausnehmen. Und auch die Flamerate übertragen. Hey, da! Ich werde auch immer dieses Handlauber bringen. Frau Susmleался ist richtig. Und das weiß schon. Meine이스 macht bart wise. Ichль folks sind ja nicht gut mit deinem Bundesuch erlaubt. Jetzt träffest du ja nicht so etwasής. Ahoy there, me matey. Welcome aboard the little planet, where dreams be coming alive, and the sea... Very good, me young lad. Hmm, hello. Tell me, lad, have you ever tried your hand? Ah, that be the spirit. This be a grand opportunity. Oh, all manner of rare fish. Lad, I believe... Back then, on that tempest, before you explore the underwater realm and reel in some unforgettable experiences, my friend, we need a rod. Here is the fish rod formula card. May each cast bring you closer to fishing glory. Good set. Okay, fishing rod. Okay, fishing rod. Okay, fishing rod. What? Okay. Ach quatsch, die muss ich hier reinschmeißen. Bestimmt, ne? Ich habe mich nicht mehr. Okay, man wird hier echt abgelenkt. Man muss Haus aufbauen. Kann Wasser fallen? Okay, man wird hier. Ich bin hier bei dem Plan. Ich bin hier bei dem Plan. Ich bin hier bei dem Plan. Ich schraube nochmal kurz ein bisschen an der Performance. Ich bin hier bei dem Plan. 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 Achso, ich denke, ich kann jetzt nicht essen, weil es zwei sind, oder was? Ich muss jetzt hier erst teilen. Ich muss jetzt hier noch mal schauen, ich muss jetzt hier noch mal weiter online kommen. So, buddeln wir erstmal hier, wo es beleuchtet hat. Ach man, wir sitzen, das ist ja blöd. Und hier, neben das Bett hauen. So, das ist gar nicht. Der Stein ist mir zu hart. Können wir noch eine bohren? Steine. So, das ist ja blöd. Ich leg das mal hier hin vor mein zukünftiges Haus Steine und mit einem guten Schatz Soll ich nicht, ob die anderen sind. Die harten Dinger hauen. Clay. Ja, Gartenzeit war. Nee, ein Rucksack. Ist er mal gepackt? Ja. Garten. Was man hat, hat man. Wo hab ich mein Haus hingestellt? Geht's blöd? Ja, sollen sie mal weiter dran arbeiten. Also wenn die Frame-Rate stimmt, bin ich dabei. Wie lang brauchen die noch? Sieben Minuten. Okay, die muss ich jetzt runterschütteln. So, und dann kann ich sie auch von Weitem abnehmen. Verstehe. Oh, danke. Oh, danke. Okay, ich kann jetzt ein Bett bauen. Ja, das hat halt gut jetzt übernommen, oder was? Okay, also nur Weit. Wow, look who's here. Wäre das jetzt ein Shooter, würde das gar nicht gehen mit der Frame-Rate. Oder so, bei dem Spiel. Ist okay. Ich mach auch gleich die Gehgeschwindigkeit noch ein bisschen runter, dann passt das noch besser. Okay. Ich wäsche hier ja jetzt durch wie bei Doom. So, sammeln ist sehr komfortabel. Kann man nicht meckern. Not enough materials. Okay. Okay. Seasonal. Zwei Stück. So. Hobsack. Ah, hier sind jetzt nur Weeds. Fünf Stück. So, hier sind jetzt ja jetzt halber sechs Stück. So, dann sind jetzt sicherheitshalber sechs Stück. Jetzt wird's jetzt schon wieder hell. Jetzt wird's jetzt schon wieder hell. Ich will das wieder wegpacken, ich will das nicht hier bauen. Zu spät. Nee, ich will nicht hier schlafen. Nehm die Modofritz. Geht's noch? Hallöchen. Hey, how's your day? Nicht so gut. How's your day? Hey there cutie, need a hand? Hi. Na, na warte, bis ich, wenn ich hier Waffen craften kann, ne? So, ich schmeiß mir mein Kram hier einfach schon mal vor die Tür. Das Haus ist schon gleich fertig. Guck, fertig. Ich muss ein eigenes Haus haben. Die Straße schlafen ist hier gar nicht gut. Aha. Ja. Ja. Das Bett und den Gartenzweck schon mal mit rein. Ach guck. Wie ist das? Wir sind mein Kram hierher. Das war's für heute. So, das ist mein Haus, noch gar nichts drin. So, schön hier, mal einen Schrott nach unten abladen, Schneckengehäuse, Hosen, Kleinen gewesen. Ach guck, was ist da, wissen wir das auch? Ja, aber ich glaube, das für den ersten Eindruck ist schon mal ganz gut. Wenn die das mit der Framerate noch hinkriegen, kann ich mir vorstellen, da ein paar Stunden drin zu versenken. Was ist da? Was ist da? Wer ist da? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Noch ein Schrainer. Schenning regiert. Geschenke hier drin. Noch mal laden. Das ist ja blöd. So. Ja, dann werde ich gleich noch mal ausprobieren, wie das läuft ohne Aufnahme. Und das dann auf jeden Fall in die Kommentare noch schreiben. Aber so an sich gefällt mir das Spiel sehr gut. Ein schöner Animal Crossing-Klon. Oh, es sind ganz ruhig. Das würde ich mir echt wünschen in Flüssig. Vielleicht nach der Ausnahme nicht mehr stoppen. Ich bin sehr sehr zufrieden. Ja, probieren wir mal aus. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.